Meine sehr geehrten Damen und Herren, bitte nehmen Sie Platz, kommen Sie in den Plenarsaal. Ich heiße Sie herzlich willkommen zur 74. Plenarsitzung. Heute, am Mittwoch, dem 19. Mai, darf Ihnen vor Eintritt in die Tagesordnung noch mitteilen, dass auf Ihren Plätzen Sie finden den Terminplan für das Jahr 2022, den Sie natürlich auch online auf der Webseite des Hessischen Landtages finden. Ich eröffne die 74. Plenarsitzung des Hessischen Landtages und stelle die Beschlussfähigkeit fest. Noch eingegangen und an den Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend rund 30 % mehr Kinderärztinnen und Kinderärzte sichern die Gesundheitsversorgung für Kinder und Jugendliche in Hessen, Drucksache 205792. Da fragen Sie, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Das ist offensichtlich der Fall. Dann wird dieser Dringliche Antrag Tagesordnungspunkt 87. Wenn Sie einverstanden sind, rufen wir den mit dem Setzpunkt der Fraktion der SPD zum Thema Gesundheitsversorgung für Kinder und Jugendliche sicherstellen, dass der Tagesordnungspunkt 55 und mit dem Tagesordnungspunkt 14 die Große Anfrage der Fraktion der SPD zusammen auf. Alles klar. Dann machen wir das so. Weiterhin eingegangen und an den Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der SPD betreffend hohe Defizite beim Klimaschutz in Hessen, Drucksache 205793. Auch hier frage ich, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Das ist der Fall. Dann wird dieser Dringliche Antrag Tagesordnungspunkt 88 und kann mit Tagesordnungspunkt 59, dem Setzpunkt der Fraktion DIE LINKE, zum gleichen Thema zusammen aufgerufen werden. Alle sind einverstanden. Schließlich ist noch eingegangen und an den Plätzen verteilt. Ein Dringlicher Antrag der Fraktion der AfD betreffend Freigabe der NSU-Akten, Drucksache 205794. Auch hier frage ich, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Das ist der Fall. Dann wird dieser Dringliche Antrag Tagesordnungspunkt 89 und er soll zusammen mit Tagesordnungspunkt 75, das ist die Aussprache zu den Beschlussempfehlungen der Ausschüsse, zu Petitionen aufgerufen werden. Alle sind einverstanden. Dann machen wir das so. Nach dem vorliegenden Ablauf tagen wir heute optimistisch geschätzt bis 20 Uhr. Wir beginnen im Anschluss an die amtlichen Mitteilungen mit den eben erwähnten Tops 55. Das ist der Setzpunkt der Fraktion der SPD, der zusammen mit 14 und 87 aufgerufen wird. Nach der zweistündigen Mittagspause fahren wir fort mit Tagesordnungspunkt 57, das ist der Setzpunkt von Bündnis 90 die GRÜNEN. Reaktivierung stillgelegter Schienenstrecken fördern. Ich darf Sie auch noch darauf hinweisen, dass heute zwischen 17 und 20 Uhr im Foyer vor dem Medienraum wieder Corona-Schnelltestungen durchgeführt werden. Entschuldigt fehlt heute ganztägig der Kollege Kummer. Ich darf fragen, ob es sonst noch Entschuldigungen gibt. Kollege Günter Rudolph, bitte schön. Wir müssen den Kollegen Becher auch für heute entschuldigen, er ist auch erkrankt. Alles klar, Kollege Becher ist auch entschuldigt. Becher, Becher, geht jetzt schon los bei mir. Also, Kollege Becher ist entschuldigt. Gibt es sonst noch Entschuldigungen? Das ist nicht der Fall. Ich darf auch den Vizepräsidenten Hahn mit dem richtigen Schal um den Hals begrüßen. Herzlich willkommen, lieber Vizepräsident Hahn. Damit bin ich auch schon am Ende der amtlichen Mitteilungen.